Mein Name ist Julia Freund. Ich arbeite in der Praxis als tiermedizinische Fachangestellte seit circa drei Jahren und arbeite hauptsächlich an der Anmeldung. Ich hatte immer schon eine große Affinität zu Tieren und habe auch immer gerne mit Menschen gearbeitet und nach der Schule habe ich einen Beruf gesucht, wo man beides verbinden kann. Die Ausbildung habe ich zur Tierarzthelferin gemacht und arbeite seitdem in dem Beruf. Besonders attraktiv empfinde ich hier die Flexibilität, die einem entgegengebracht wird, dass ein sehr familiäres Klima herrscht und dass wir alle füreinander da sind. Durch die lange Zugehörigkeit der Praxis kennen wir uns alle sehr gut und stehen uns auch nahe und das ist mehr eine Familie als ein Arbeitsplatz. Ein Berufseinsteiger sollte eine schnelle Auffassungsgabe haben, sollte sich persönlich gut einbringen können, Flexibilität mitbringen und gerne mit Menschen und Tieren arbeiten und vor allem empathisch sein. Hier zu arbeiten ist angekommen sein, so wie man ist.